hallo und herzlich willkommen liebe freunde und salvetes spektatores zu einem retro projekt mit mir dem tante günner auch bekannt als günter shadow das hier ist die aufzeichnung eines livestreams die ihr seht und wir spielen heute das uralte dos spiel aus dem jahr 1992 elysium das gab es übrigens auch mal für amiga und für c64 übrigens voltory 12 vielen dank für den follow es ist so ein bisschen abandonware ich weiß nicht ob es da noch einen rechtsnachfolger gibt von dieser firma bitte fragt mich jetzt nicht danach und auch nicht nach dem handbuch und so weiter und so fort wir können aber gerne in den kommentaren über dieses spiel schreiben meine letzten spuren von elysium führten mich nach gütersloh wo diese firma mal wohl gesessen haben soll magic bites heißt sie und deep thought heißt der programmierer wenn da jemand herkommt oder ahnung hat und so bitte einfach mal melden und bescheid sagen würde mich auf jeden fall freuen damit euch in kontakt zu treten es wäre interessant zu wissen weil das ist wirklich ein sehr sehr interessantes spiel und es ist ein spiel das mich auf jeden fall damals schon zu ja antiker geschichte irgendwie angefixt hat bevor ich da jetzt weiter viele worte darüber verliere schauen wir uns ein total legendären startbildschirm an mit einer total legendären musik und ich werde das spiel jetzt einfach mal starten ich spiele das hier übrigens in der dos box emulation dos box svn daum das ist so eine dos box die mal 2015 so ein koreaner entwickelt hat jetzt eine safe state funktion das ist bei diesem spiel gar nicht mal so verkehrt denn speichern kann man da nicht ich werde es so ein roguelike dos spiel aber alles andere erklärt gleich wir starten erst mal los in drei zwei eins und run und jetzt geht's los legendäre musik meinstherr ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 dann werdet ihr vielleicht mal auf Hinweise aus diesem Handbuch stoßen und möglichen Siegbedingungen bei der Amiga-Version. Das ist aber bei dieser Version. Das ist die aktuelle Version dieses Spiels, die es halt gibt. Also eine aktuelle gibt es halt nicht mehr. CyberGee, vielen Dank für den Follow. MrScroll117, danke für den Follow. Ich hoffe, du bist nicht der Typ, den ich eben im Chat bannen musste, weil ich hoffe, du bist legit oder so. Und das vorhin war nur so ein dummer Namefaker, weil hier vorhin jemand unterwegs war, der hat versucht, hier irgendwie meinen Stream mit diversen Schimpfwörtern zu kleistern. Den habe ich dann kurzerhand gebannt. Ja, okay, da bin ich nicht stolz drauf, aber manchmal muss man das halt machen. Okay, also ihr werdet immer wieder auf mögliche Siegbedingungen stoßen. Das sind Sachen aus den älteren Spielversionen. Das kann durchaus sein, dass es damals möglich war. Ja, momentan gibt es aber nur eine und die heißt hier überleben. Wir haben außerdem Jump'n'Run-mäßig vier Leben mit unserem Herrscher. Es kann viermal einen neuen Günner geben. Und wenn der letzte Günner gestorben ist, dann ist das Spiel auch vorbei. Wir erreichen außerdem Punkte in diesem Spiel. Und es kann sein, dass wir durchaus mit dem vierten Günner mehr Punkte erreichen, als mit einem Günner, mit dem wir das Spiel tatsächlich überleben. Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, die Siegbedingungen sind ja gar nicht mal so wahnsinnig einfach. Und außerdem, was kann man noch machen? Also man kann auch andere Provinzen tributpflichtig machen. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so die lohnende Alternative. Ich glaube, Aquitania ist, Aquitania und Nabonensis, das sind so die lohnendsten Provinzen. Wenn man eine von diesen Provinzen erobert und die Tributpflichtig macht, dann macht man jede Runde einen Haufen Geld. Aber Achtung, wenn die angegriffen werden, muss man die auch verteidigen. Das kommt auch dazu. Es gibt regelmäßig Angriffe in diesem Spiel. Unser erster Angriff auf Cantabria erfolgt im Jahr 410. Also in 20 Jahren werden wir angegriffen werden. Und zwar von einer Truppe von 35.000 Mann. Wie viele Soldaten wir haben, fragt ihr. Wir haben 2.000 Mann. Und unsere Armeeführung ist pessimistisch, mit diesem Haufen großartige Siege zu erringen. Halleluja. Okay. Also, in diesem Handbuch zu dem Spiel und in diversen Tutorials, die man im Internet dazu findet, stehen ganz, ganz viele tolle Sachen drin, die auf diese Version alle überhaupt nicht mehr zutreffen. Dieses Spiel hasst uns. Und dieses Spiel will uns systematisch fertig machen und zugrunde richten und einfach nur komplett platt machen. Dieses Spiel kann uns nicht leiden und will alles tun, damit wir hier krepieren. Was müssen wir also tun? Wir müssen versuchen zu überleben. Und die Möglichkeiten zu überleben sind begrenzt. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Wir haben drei Verwalter und Berater, die uns dabei helfen werden, die wir brauchen. Die haben sogar einen Namen in dem Handbuch. Jetzt habe ich die dummerweise nicht mehr hier parat. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist eigentlich die Funktion, die die ausüben. Also wir haben einmal unseren Bevölkerungs- und Landwirtschaftsberater, wir haben einmal unseren Justizberater und unseren Berater für die schönen Künste. Ist natürlich Spaß, ist unser Militärberater, vollkommen klar. Das ist unser Wappen, Kandabrien. Hier ist unser großes, dickes Buch mit dem Jahresbericht. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man sich diese Berichte regelmäßig anguckt. Es gibt auch einen Bericht hier über die Landwirtschaft. Und man kann auch in den Justizbericht reingucken. Es gibt auch noch einen Index, den kann man in der ersten Runde noch nicht aufrufen. Und wenn man den aufruft, kostet das immer ein bisschen Geld. Genau, das ist auch noch wichtig zu sagen. Dann, was müssen wir noch wissen? Genau, es geht um Geld. Wir haben 1710 Goldstücke. Damit können wir gewisse Dinge machen. Es ist ein Roguelike-Strategie- und Simulationsspiel. Es hat sozusagen nur einen Ironman-Modus. Und wenn man hier untergeht, dann geht man einfach komplett unter. Dann könnte man hier zum Beispiel, Achtung, sehr cool, oder? Man könnte das Spiel speichern. Dann wird das Spiel aber beendet. Und man kann also hier nicht irgendwie durch Rumhexen oder einfach nur konsequentes Neuladen kann man dieses Spiel eigentlich nicht besiegen. Sondern man landet halt immer direkt dann wieder im aktuellen Turn. Und kann also nicht ausprobieren. Das macht das Spiel nochmal viel, viel schwieriger. Hier ist unser Thron. Da sitzen wir halt drauf. Es gibt manche Provinzen, die haben einen Hafen. Den finden wir hier. Da gibt es auch so ein Schiffchen. Da kann man Waren mithandeln und so. Und wir haben auch die Möglichkeit, Handel zu treiben über Land. Da können wir zum Beispiel unsere Edelerze verkaufen oder unser Getreide. Wir produzieren momentan keine Metallwaren und keine Webstoffe. Das sollten wir möglichst schnell und bald ändern. Damit wir damit nämlich auch handeln können, weil die nämlich Geld bringen werden. Dann können wir hier Landwirtschaftsgebäude errichten. Und zwar Brunnen für 1600. Ein Feld, also ein Latifundium, ein Stollen oder auch eine Mühle. Diese Dinger bringen Pachteinnahmen und produzieren landwirtschaftliche Güter. Verbessern damit auch die Versorgung unserer Bevölkerung und erhöhen den allgemeinen Wohlstand. Wir haben außerdem hier noch unseren Landwirtschaftsberater, der uns sagt, wie hoch er die Ernte im nächsten Jahr einschätzt. Bei gleichbleibender Witterungslage. Es sagt 1435 Ladungen Getreide würden wir wohl erwirtschaften. Wir besitzen eine Handelsstadt. Wir können hier auch eine neue Stadt gründen. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig in diesem Spiel. Denn nur so kann man tatsächlich die Bevölkerung auch wirklich dauerhaft zufriedenstellen. In unserem Bericht sehen wir übrigens, unsere Bevölkerung beläuft sich derzeit auf 120.422 Einwohner. Das ergibt auf euren 20.000 Quadratkilometern eine Bevölkerungsdichte von etwa 6.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Bisher wurden keine Tempelanlagen für die Gläubigen errichtet. Man kann für horrende Summen kann man Tempelanlagen bauen. Und das Tollste ist, es gibt Tempelanlagen. Wenn man die baut, verliert man nachher das Spiel. Aber dazu vielleicht später mehr. In den Speichern befinden sich 1433 Wagenladungen Korn, 0 Wagenladungen Metallwaren, Stoffe. Außerdem besitzt ihr 13 Säcke Erz. Ihr verfügt derzeit über 1710 Goldstücke. Aber mit diesem Bericht kann man sonst nicht viel machen. Wir können dann außerdem noch die Steuern festsetzen. Und ihr seht momentan, die Handelssteuer beträgt 11%. Die Kopfsteuer beträgt 9%. Und die Kopfsteuer bringt uns momentan viel, viel mehr Geld als die Handelssteuer ein. Wir haben Straßen, von denen wir eine Mautgebühr kassieren können, wenn wir eine zweite Handelsstadt mit einer Straße hätten. Man braucht nämlich eine zweite Stadt, um eine Straße zu bauen. Das heißt, wir machen momentan 196 Goldstücke Einnahmen. Und im nächsten Jahr bleibt es so, wie es aussieht, erstmal gleich. Was wir am Anfang leider dringend machen müssen, ist, wir müssen die Steuern erhöhen. Und zwar erhöhen wir die auf 23%, damit wir 478 Goldstücke einnehmen. Denn das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen leider unsere Bevölkerung verprellen, um Gebäude bauen zu können. Wir brauchen unbedingt eine Webstube und wir brauchen unbedingt eine Eisengießerei. Und bei ungefähr 500 Goldstücken pro Runde würden wir zwei Runden für eine Gießerei brauchen und ungefähr zwei Runden für eine Webstube. Und wir brauchen einfach zusätzliche Produktionen, um mehr Geld zu bekommen. Außerdem müssen wir unbedingt Schiffe bauen. Wir haben momentan 1710 Goldstücke. Wir brauchen unbedingt zwei Schiffe. Warum brauchen wir die? Weil wir durch Schiffe wesentlich mehr Geld bekommen können. Jetzt habe ich auch so gesehen schon eins gebaut. Das Spiel ist, wie gesagt, das hasst einen. Das macht manchmal Sachen, wenn man in ein Fenster reinklickt. 1100 haben wir. Okay, pass auf. Dann gehen wir auf die Stadtverwaltung und bauen die Weberei, machen ein bisschen Schulden. Da seht ihr es, 89 Goldstücke. Aber dafür werden wir nächste Runde mehr Geld haben. Und wir verkaufen die Sachen hier mal. Wir verkaufen mal das Getreide und das Gold. Also die Erze. Das Ding ist halt so. 55 Goldstücke machen wir jetzt. Und ich erkläre auch gleich nochmal alles, warum ich das jetzt hier gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Muss man hier gerade einen Safe State setzen, damit wir nachher zu diesem Speicherpunkt wieder zurückspringen können, wenn es denn notwendig sein sollte. Nur falls wir jetzt in der nächsten Runde direkt platt gemacht werden, weil dann kann ich hier von dem Spiel nicht viel zeigen. Deswegen würde ich dann wieder dahin zurückspringen. Okay, wir müssen außerdem noch uns ein bisschen um unser Justizsystem kümmern. Es gab 261 aufgedeckte Verbrechen in euren Stollen. In euren Stollen arbeiten sieben Sklaven. Das sind viel zu wenige. 18 Gefangene wurden aufgrund ihrer Verbrechen hingerichtet. In den Kerkern erdulden 201 Gefangene ihre Strafe. Die Bezahlung eures Justizapparates. Eurer Steuereintreiber und Beamte beträgt 240 Goldstücke. Die Justizeinnahmen betrugen 49 Goldstücke. Man kann sich das abschminken. Die Justiz wird niemals genug Geld einnehmen, um sich selbst finanzieren zu können. Das wird nicht machbar sein. In den Justizberichten sind keine besonderen Verbrechen bemerkt. Und Leute, es gibt besondere Verbrechen. Oh Gott, die werden uns so harassen. Das ist fürchterlich. Da haben sich die Entwickler echt was einfallen lassen. Wir sollten also mal gucken. Wir brauchen ein paar Sklaven. Ich würde also sagen, wahrscheinlich ist die Sklaverei als Strafe bei uns relativ selten. Schauen wir mal. Genau. Wir haben nämlich nur 3%. Das ist zu wenig. Wir müssen ein bisschen von der Kerkerstrafe in die Sklaverei schicken. Machen wir mal ungefähr 20. So 20% ist okay. Und 7% Hinrichtungen sind definitiv auch zu wenig. Ich würde sagen, wir gehen mal hin und machen so 21%. Bei der Hinrichtung. Dann machen wir mal 25% bei der Sklaverei. Und dann setzen wir noch einen Ticken hier so auf Geldstrafe. Damit wir ein bisschen mehr wenigstens einnehmen. Wie wäre es mit 17%? 37% schicken wir in den Kerker. Es kann sein, dass wir irgendwann zu viele Gefangene haben. Und es gibt eine Gefängnisrevolte. Dann müssen wir die dezimieren. Das können wir mit Gladiatorenkämpfen machen. Dann lassen wir die in öffentlichen Gladiatorenkämpfen gegeneinander antreten. Dann knüppeln die sich gegenseitig nieder. Und wir haben weniger Gefangene. Es kann aber auch zu einer Sklavenrevolte kommen. Wenn man das Strafmaß bei der Versklavung zu hoch hat auf Dauer. Man kann eine Orgie feiern. Die bringt uns kein Geld. Erhöht aber die Popularität. Wir können eine Theatervorstellung geben. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Und wir können ein Wagenrennen veranstalten. Das kostet halt alles ein bisschen Geld. Aber wir bekommen auch immer Geld dadurch. Also da gibt es dann auch nochmal Einnahmen. Stadtverwaltung habe ich eben gezeigt. Da können wir so eine Weberei bauen. Unser nächstes Ziel ist eine Gießerei und ein weiteres Schiff. Und dann können wir mal anfangen so Sachen wie ein Aquädukt und Mietshäuser und sowas zu bauen. Aber das rangiert erstmal noch ganz unten in meiner Prioritätenliste. Wir schauen hier nochmal rein. Das Wetter war euch gut gesonnen. Dieses Jahr wurden 995 Einwohner geboren. 443 Einwohner starben. 13% eurer Kornvorräte sind verfault. Das ist normal an Quote. 120 Einwohner verließen das Land. 122 Goldstücke an Handelsstätten verdient. Die Steuereinnahmen betrugen 197 Goldstücke. Eure Schiffe erbrachten 0 Goldstücke. Ihr gabt eurem Heer 20 Goldstücke. Das ist halt sehr, sehr günstig. Wir brauchen irgendwann nochmal ein paar Soldaten. Das Ding ist, bei unseren Schiffen, die bringen auch Geld ein, auch wenn wir mit denen noch nichts direkt verkauft haben. Also weil die einfach dann vermieten, oder irgendwie sowas. Dadurch bekommt man auch nochmal Geld. 1.433 Ladungen Korn und 0 Ladungen Metallwaren wurden heuer erwirtschaftet. Die Stollen erbrachten 13 Säcke Edelerz. Ihr verfügt über 55 Goldstücke. Wir haben das ja 390. So, und hier haben wir die, wir haben zum Beispiel die Option der Verteidigung. Das ist unsere Stadtgarnison. Da wir aber nur eine Stadt haben, sind ja alle unsere Truppen stationiert. Wir könnten in fünf Jahren die nächste Provinz, glaube ich, angreifen. Ich glaube, in fünf Jahren ist das der Fall. Wir können auch mehr Soldaten einstellen. Das mache ich jetzt aber noch nicht. Wir können die auch noch mit Ausrüstung vollpacken. Und wir können aber auch Soldaten entlassen, wobei man das nicht machen sollte. Das geht negativ auf die Moral. Und zu den ganzen Mechaniken sage ich gleich was. So, an der Stelle schaue ich jetzt mal ganz kurz in den Chat rein, weil ihr habt mir 100 pro noch Sachen geschrieben. So, das kann jetzt ein bisschen dauern. Erstmal einen wunderschönen guten Abend, Mr. Vendetta. Prodizial, auch einen wunderschönen guten Abend an dich. Ja, wir haben momentan 98 Zuschauer. Für so ein Retro-Game ist das der Hass. Alle, die neu reingeschaut haben, ich spiele nachher noch was anderes. Aber ich habe mir gedacht, komm, wir starten heute einfach mal ganz entspannt mit so einer Runde Elysium. Lassen uns von Westrom verprügeln. Und dann werden wir vielleicht selber noch mal irgendwie Westrom auf die Mütze hauen in einem anderen Spiel. Oder wir spielen Warhammer 2 oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Bin ich auf jeden Fall offen. Das Spiel ist uralt. Genau, wurde hier eben gefragt. Mehr Retro geht wohl gar nicht, schreibt Anwar Joe. Genau, also mehr Retro geht tatsächlich definitiv nicht. Das Spiel ist von 1992, genau. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, Jagdunfälle gibt es hier nicht bei diesem Spiel. Dafür gibt es hier andere schöne Sachen, die unseren Herrscher umbringen. Was haben wir noch hier? André, wunderschönen guten Abend auch an dich. Dann spannendes Konzept. Sklavenarbeit klingt gut. Vorstandssitzung heute. Genau. Und vielen Dank nochmal an Cybergear für den Follow. Ja, verprügeln lassen ist hier tatsächlich... Also, das ist wirklich ein Spiel für Masochisten. Glaubt es mir. Okay. Wir beenden jetzt mal unsere erste Runde. Und ich erkläre... Ne, Moment. Bevor wir die erste Runde beenden... Ja, sorry. Das dauert immer ein bisschen hier bei diesem Spiel. Bevor wir die erste Runde beenden, erkläre ich ganz kurz, warum ich das gemacht habe. Ich habe die Steuern jetzt erhöht, weil jetzt habe ich noch viele Leute, die Steuern zahlen. Wie ihr eben gesehen habt, es verlassen Leute unser Land. Und die werden unser Land auch verlassen, wenn die Steuern niedrig sind. Die Steuern haben darauf in dieser Version des Spiels tatsächlich gar keinen so hohen Einfluss. Bis 25% werden die Steuern noch als niedrig empfunden. Ihr seht das ja auch in diesem Smiley-Face hier. Wenn ich das jetzt ein bisschen erhöhe, dann seht ihr, dann guckt er schon so ein bisschen... Ne, 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 so hohe Steuern zahlen. Und das ist tatsächlich gar nicht so gravierend. Wenn wir die Steuern nicht übers Maß erhöhen... Keine Ahnung. Hier so, ja. Dann ist das alles halb so wild, ja. Wir müssen da natürlich immer wieder so ein bisschen drauf achten. Aber wir brauchen am Anfang das Geld. Und wenn wir die Steuern nachher erhöhen, dann werden uns die Leute trotzdem hassen. Sie werden trotzdem unser Land verlassen. Aber wir nehmen weniger ein. Und deswegen erhöhe ich die Steuern jetzt. Es gab einen Zuschauer in meinen ersten Elysium-Projekten, der hat mir die ganze Zeit gesagt, boah, du spielst so schlecht. Boah, was machst denn du da? Aber der hat einfach keine Ahnung, weil der die ältere Version von dem Spiel auf dem Amiga gespielt hat. Und die ist einfach anders. Die funktioniert wirklich anders. Auf der älteren Amiga-Version zum Beispiel muss man auch kein Geld bezahlen, wenn man seine eigenen Truppen mobilisiert und ins Feld schickt. Das muss man hier zum Beispiel machen. Das heißt, selbst wenn wir angegriffen werden, verlieren wir doppelt. Weil wir verlieren Soldaten und wir verlieren Geld. Und solche Dinge alles. Da wurde echt viel dran geändert in diesem Spiel. Es gibt total viele Variablen, die hier voneinander abhängen. Zum Beispiel, nur so ein kleiner Hinweis noch. Tatsächlich, ja, die Steuern reduzieren auch die Beliebtheit beim Volk. Der Clou ist tatsächlich allerdings, die Höhe der Steuern, das ist kein Witz, die Höhe der Steuern bestimmt, wie hoch unser Ansehensverlust beim Volk ist. Wenn wir mit dem gleichen Steuersatz mit dem gleichen Steuersatz mehr Geld einnehmen würden, weil wir zum Beispiel mehr Bevölkerung hätten, dann würden wir unbeliebter werden als jetzt. Und die Höhe des Steuersatzes spielt dabei eben nicht die entscheidende Rolle. Das ist total merkwürdig und das geht auch aus dem Spiel so nicht hervor. Das würde man nie so sehen. Das steht auch nicht so im Handbuch drin. Ich habe das rausgefunden, weil ich mal mit irgendeinem Hex-Editor in irgendwelchen Dateien rumgeändert habe und dann habe ich irgendwie so eine Variable gefunden, wenn ich die angepasst habe, dann hat sich meine Bevölkerung verdoppelt, wenn ich Gladiatorenkämpfe gemacht habe. Dann hat man das irgendwie dreimal gemacht, dann hat man mit 10% Steuern hat man irgendwie 30.000 Goldschritte pro Runde oder so eingenommen. Dann hast du einmal auf weitergeklickt und dann war deine öffentliche Meinung beim Volk war auf einmal direkt minus eine Million oder was weiß ich. Ich zeige euch das nachher mal, wie das dann aussieht in diesem Index. Und da gibt es total viele Sachen, die aus dieser Spieleoberfläche überhaupt nicht hervorgehen. Wie zum Beispiel eben diese Tatsache. Dann gibt es auch noch Sachen, wie in dem Handbuch steht zum Beispiel drin, wir brauchen viele Soldaten, damit die öffentliche Ordnung gewährleistet werden kann. Ist totaler Quatsch. Das Spiel interessiert das überhaupt nicht. Man kriegt trotzdem Events, die einen total harassen werden. Und wenn du dann noch anfängst, dein kostbares Geld für Soldaten am Anfang auszugeben, dann wirst du es später schwieriger haben. Deswegen setzt man hier lieber alles auf eine Karte, versucht am Anfang knallhart Wirtschaft zu pushen und schaut dann mal weiter. So, es ist Jahr 391. Hier seht ihr, an dem Hintergrund kann man erkennen, ob die Ernte gut ist oder nicht. Die Ernte war gut. Da, sonniges, gemäßigtes Wetter, gute Ernte. Dieses Jahr wurden 1024 Einwohner geboren. 479 Einwohner verstarben. 12% der Kornvorräte sind verfault. Das ist so ein Wert, der schwankt immer zwischen 9 und 15. 363 Einwohner verließen das Land. Ihr seht, das sind jetzt doppelt so viele. Aber das macht hier zum Beispiel jetzt noch gar nicht so viel aus, weil es wurden so viele Einwohner geboren. 122 Goldstücke haben wir nur durch unsere Stadt verdient. Steuernahmen betrugen 471. Das Schiff, das eine Schiff, was wir haben, hat uns schon 50 Goldstücke gebracht. Das heißt, das hat sich in 12 Runden amortisiert. Und das ist krass. Das schafft nämlich kaum irgendein anderes Ding in diesem Spiel. Wir gaben unserem Heer 20 Goldstücke. 1269 Ladungen an Korn, 0 Ladungen an Metallwaren und so weiter wurden erwirtschaftet. Die Stollen erbrachten 8 Säcke Edelerze. Eure Webereien erzeugten 1363 Ladungen. Stoff, ihr verfügt über 521 Goldstücke. So, einmal auf den Hafen klicken. Vorsichtig. So. Mit Rechtsklick verkaufen wir jetzt für 16 Goldstücke 500 Ladungen Korn. Nein, keine Sorge. Also wir werden jetzt keine 5000 Gold dafür kriegen. Ihr besitzt eins. Ihr besitzt eins Schiff. Man handelt dieses Jahr mit Korn. 16 Goldstücke für 100 Ladungen. Also wir werden, Moment, 80 Goldstücke werden wir damit machen. Das ist aber viel mehr, als wir auf dem Landhandel bekommen. Da bekommen wir nämlich nur 5 Goldstücke. 4 Goldstücke ist übrigens das Maximum, das man für Edelmetalle kriegen kann. Nein, stopp, stimmt nicht. Man kann auch manchmal 5 Goldstücke kriegen. Das ist aber extrem selten. Da Edelmetalle nicht schlecht werden können, können wir die eigentlich permanent sparen. Wir können sie aber auch bei 4 Goldstücken direkt verkaufen. Weil viel mehr, also 5 Goldstücke werden wir hier nicht kriegen. 2 Goldstücke, super wenig für Stoffe, werden wir nicht verkaufen. 4 Goldstücke ist das Maximum für Metallwaren. Gilt übrigens auch für Stoffe. Korn kann bis zu 8 oder 9 Goldstücken bringen. 5 Goldstücke sind gut. Ich würde jetzt aber hier davon absehen, erstmal weiteres Korn zu verkaufen. Denn wir gucken jetzt erstmal. 555 Goldstücke. Wir bauen noch ein Schiff, um zu handeln. Ich würde sagen, wir sparen jetzt erstmal eine Runde auf die Metallwaren. Das ist auch eine gute Ernte. Oh, das hier ist jetzt zum Beispiel sehr nice. Seeleute berichten, dass sie auf einer ihrer Handelsfahrten nahe der Küstenlinie ein altes Schiffswrack, welches nur knapp unter der Wasserlinie auf einem Riff aufliegt, gesichtet haben. Man bietet euch gegen einen Betrag von 300 Goldstücken an, genaueren Fundortpreis zu geben und eine nähere Untersuchung des Facts durchzuführen. Wollt ihr das machen? Es kann natürlich sein, dass sie uns verarschen. Wir sagen mal ja. Es wurde eine Kiste mit einem Inhalt von 1009 Goldstücken gehoben. Nice. Okay, cool. Ihr seht jetzt übrigens, hier brennt jetzt ein Licht und je höher diese Flamme ist, desto besser ist unsere Punktwertung in dem Spiel. Wir gehen mal hin in der Staffel. Ich habe ja gesagt, ich will jetzt unbedingt eine Gießerei bauen. Die brauchen wir auch. Wir können ein zweites Schiff bauen. Der Hammer. Und ihr seht, wir bekommen nichts für unsere Sachen. Für ein Gold zu verkaufen machen wir nicht. Für zwei auch nicht. Für zwei auch nicht. Das heißt, wir werden nicht handeln, diese Runde. Eins Schiff, so von Flotte her. Genau, Prodizien, so ist es. Wir schauen hier nochmal rein. Das Wetter war euch gut gesonnen. Es wurden 1158 Einwohner geboren. 556 verstammen. Und jetzt Achtung, 553 verließen das Land. Also wir müssen jetzt langsam auch was an unserer Steuerpolitik ändern. 122 Goldstücken an Handelsständen verdienen. Die Schiffe erbrachten 140 Goldstücke. Da sind aber die 80 Kröten, die sind da schon drin. Ihr gebt eurem Heer 20 Goldstücke und so weiter und so fort. Also wir müssen jetzt mit den Steuern ein bisschen runtergehen. Ich sage mal 5% jeweils. So und viel mehr ist auch nicht möglich. Das Gute ist, unsere Einnahmen durch die Handelserträge haben sich erhöht. Ich werde hier nochmal ein Safe State anlegen. Das ist total wichtig. Und wie viel Geld habe ich noch? 50. Wir gucken einmal in den Index rein, damit ihr das mal seht, wie das aussieht. Wir haben hier unsere Popularität, die ist stabil schlecht. Wir haben hier unsere Kampfkraft, die ist stabil unterirdisch. Wir haben hier unseren Erfolg, der ist ganz gut. Und unsere Einwohnerzahl, die ist noch relativ konstant. Wir haben außerdem hier noch einen Bericht. Der demoskopische Bericht. Die meisten Bürger missbilligen eure bisherigen Maßnahmen. Ihr habt euren Einwohnern einen gewissen Lebensstandard beschert. Der Mob fordert Spiele und Feste. Alle Untertanen entrichten gerne die milden Steuern. Euer Erfolg besteht zum allergrößten Teil aus ehrlichen und ehrenwerten Bürgern. Das ist total wichtig, weil das für uns heißt hier, dass wir mit dieser Strafahnung was richtig gemacht haben. Nächstes Ziel also. Amphitheater. Gladiatoren-Spiele. Gute Ernte wieder. 477 Goldstücke. Yes, your. 14 Goldstücke pro 100 Warenladung. 50, 20, 70, 140. Für die Metallwaren. Gold können wir verkaufen. Ihr seht, wie viel Stoff wir momentan haben. Wir können übrigens nicht beliebig viel an Stoffen und Getreide verkaufen, aber immer beliebig viel an Edelmetallen. Das ist ein Unterschied in diesem Spiel. 566 Möhren haben wir. Das Stadion kostet uns aber 750. Das heißt, wir müssen noch mal eine Runde sparen. Das ist ein Blick auf den Tag. Und Tonto. Ich bin genug. Und dann ist das zwei. Vielen Dank.